Ich bin Alexander, 23 Jahre alt und komme aus dem Burgenland. Ich wurde für den Braunschweiger Filmpreis nominiert mit der Rolle Marcel aus MiWi. Mein Bezug zur Rolle. Ich habe versucht, sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Rolle zu finden und gab ihr unter anderem sehr viel meiner selbst. Die Nominierung bedeutet mir sehr viel, da ich in diese ganze Schauspielerei eigentlich durch Zufall hineingerutscht bin und sehr überrascht bin, wie gut es eigentlich bei den Menschen ankommt. Und das motiviert mich natürlich umso mehr. Ich würde mich sehr freuen, den Braunschweiger Filmpreis als Newcomer für mich zu gewinnen.